Hallo meine Lieben, hier habe ich wieder eine Drei-Zimmer-Wohnung. Ja, diese Decken-Stuck-Arbeiten wären für mich, für meine Meinung, zu viel. Also verschiedene Farben beim Stuck, das ist nicht so meine Sache. Aber wie gefällt es euch, das ist wichtig. Es muss euch gefallen, mir muss es nicht gefallen. Ich kann es nur besser anbieten, weil ich kann da nicht meine Fresse halten. Und ich muss sagen, auch wenn die Sachen nagelneu sind, die Möbel, muss ich sagen, die leidenden Geschmacksverehrung, das muss irgendjemand ausgestattet haben, der null Ahnung hat. Ja, null Ahnung. Schaut euch mal im Teppich mit dem Bett, wo diese Polsterungen da, nee, gefällt mir nicht. Fällt mir nicht. Also ich kann diese Wohnung nicht empfehlen. Die Uhr, was ist denn das mit? Das geht nicht, ja. Und dieses Sofa, dieses knallrot, okay, kann ja ruhig sein, kann auch schön sein, kann auch passen. Aber in dem Fall passt es überhaupt nicht und die Küche ist absolut hässlich. Und wisst ihr was, der Preis ist auch noch viel zu hoch, ja. 85.000 Euro wollen sie haben. Das ist viel zu hoch. Also ich kann diese Wohnung nicht empfehlen. Und okay, man hat hier den Aufzugsknopf in der Wohnung, das heißt, das ist natürlich nicht schlecht. Man kann, während man sich die Schuhe anzieht, drückt man auf den Knopf und wenn man rausgeht, ist der Aufzug da. Das ist natürlich supi, ne. Aber ich muss sagen, also mir gefällt es nicht. Wenn es euch gefällt, ist er gut. Und es ist auch viel zu teuer und da ist auch nichts mit, natürlich kann man da runterhandeln, aber da müsste ich ja 85.000 Euro, müsste ich ja massig runterhandeln. Und entschuldige, die Teppiche sind ja grausig, grauslich, ja. Und die Stühle und der Tisch, das ist Billigware, ja. Wenn man wenig zahlen würde, dann wäre es ja wurscht, dann würde ich mich nicht über die Billigware beschweren, ja. Aber das ist ja ein Preis, da kriege ich ganz andere Sachen dafür. Und ihr seht es auch hier am Bad. So ein Klo ist ja auch okay, aber wenn es ein hängendes Klo wäre, wäre natürlich noch besser. Und hier, man hat überhaupt keine Ablagemöglichkeiten. Nein, Leute, also ich kann das nicht empfehlen. Auch wenn hier Whirlpoolwanne im zweiten Bad ist, ja, nein. Also wenn es einem von euch gefallen sollte, dann müssen wir so richtig heftig am Preis was machen. Das ist das Gebäude von außen. Das Gebäude selber wäre okay, es ist knapp über 10 Jahre alt. Und mit Pool und nahe mehr. Und hier das Hauptschlafzimmer-Ereignis. Klo, wenn es fünf Zimmer hätte. Also Leute, Entschuldigung, ich habe für den Preis habe ich ganz andere Sachen, ja. Also wirklich. Ja, die Sechszimmerwohnung übrigens, die ist weg. Da kam jetzt die Anzahlung. Die Sechszimmerwohnung ist weg. Das war ja ein Megapreis. Und manche Leute warten halt zu lange, kann ich auch nichts machen. Hatte viele Senden, aber manchmal muss man halt gleich herfliegen. Nicht erst, ach, ich komme, dann ist sie bestimmt noch da. Das ist bestimmt noch da. Wisst ihr, was da sein wird? Diese Wohnung, für den Preis hier, die wird ewig da sein. Ja, die nimmt doch keiner freiwillig. Okay, so, genug gesprochen. Ja, also die nimmt keiner freiwillig. Wenn es günstiger wäre, vielleicht. Ja, nee, Leute, das ist nichts. Gemeinschaftsparkplatz, okay, schön und gut. Aber es gibt es bei vielen Objekten. Und das ist für mich kein Fitnessbereich. Nee, nee, das ist nichts. Okay, also so viel von mir, meine Lieben. Das ist nichts. Wenn es euch gefällt, bitteschön. Ja, sagt mal eure Meinung, ob es euch gefällt, würde mich interessieren. Man muss ja nicht immer gleicher Meinung sein oder gleichen Geschmack haben. Aber das ist 60, 65.000, okay. Das ist einfach, naja, das ist, da hat halt einer irgendwie neue Möbel gekauft und reingestellt und das war's. Der hat ja nicht mal irgendwie im Bad was gemacht oder so. Wie bei der Villa gerade, wo ich rein habe, für 90.000, da haben sie ja richtig investiert. Da haben sie ja richtig im Bad gefließt und alles, ja. Hier haben sie ja gar nichts gemacht. Also ich empfehle die Wohnung hier nicht, okay. So viel von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Übrigens, falls jemand haben will, kannst du gerne kaufen. Ich habe gerne ein Geschäft. Ihr wisst ja, drei Prozent kriege ich. Für meine Mühe, für meine Arbeit, für meine Aufnahmen und so weiter. Und zum Grundbuchamt bringen und die ganzen behördlichen Sachen erledigen. und so weiter und so weiter. Okay, so viel von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte kauft sie nicht.